Siehst du, wie ich schon sagte, es war wieder ein Seeungeheuer. Ja, und zwar ein ziemlich bösartiges Exemplar. Ich werde weiter Ausschau halten. Wenn mir wieder etwas in der Art auffällt, sag ich dir Bescheid. Komm mit. Ja. Hier, das dürften wohl alle Bücher gewesen sein. Wie hast du das nur geschafft? Unglaublich. Schmeiß sie einfach ins Feuer. Ende der Geschichte. Das werde ich. Den werde ich kräftig einheizen. Du hast unserer Bruderschaft einen großen Dienst erwiesen. Hier, eine kleine Entschädigung für die Strapazen. Ich bin der Meinung, dass sie dich langsam mal einen Rang aufsteigen lassen könnten. Diese Aufgabe hätte nicht jeder geschafft. Sprich doch mal mit Drake darüber. Warum hat man dir die Sache... Du denkst wohl nur... Aber da irrst du dich. Mein Wort hat dir durchaus Gewicht. Ich... Ich habe... Immerher... Danke. Da hast du etwas... Zeige mir, wie ich mich mit einer Runenhaut schützen kann. Die neue Macht wird dir helfen. Ich möchte einen mentalen... Der Zauber war eine gute Wahl. Ich habe gehört, dass du dich sehr verdient gemacht hast für unsere Gilde. Dass du Wilson bei seiner Aufgabe geholfen hast, ist dir hoch anzurechnen. Es wird Zeit, dass wir dich in den Rang eines echten Dämonenjägers erheben. Sag Wilson, dass ich dich geschickt habe und hol dir bei ihm eine neue Rüstung ab. Für die Aufgaben, die noch vor dir liegen, wirst du sie brauchen. Drake sagt, du sollst mir eine neue Rüstung geben. Hat der alte Drake dich wirklich in den Rang eines echten Dämonenjägers aufsteigen lassen? Glückwunsch! Hier, nimm diese Rüstung. Ohne sie sind es nichts als leere Worte. Jetzt bist du wirklich ein echter Dämonenjäger. Geht-Urger. Untertitelung des ZDFs Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eines Tages bekam er den Auftrag, das große Tor auf Kila zu inspizieren. Dort wurde ihm sein Monokel von einem Piraten gestohlen. Damit schien er fortan nicht nur seinen Weitblick, sondern auch seine Sprache verloren zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich habe alle Geister erwischt. Ich sollte zurück zu Drake gehen. ZDF für funk, 2017 Komm mit. Ja. Die Geister sind alle tot. Sehr gut. Ich konnte ihre beim Sterben freigesetzte Energie mit meinem Ritual einfangen. Es ist mir gelungen, einen Zauber aus dieser Kraft zu formen. Mit diesem kannst du selber einen Krieger beschwören, der an deiner Seite kämpft. Ich kann dir leider nicht versprechen, was für einen Begleiter du an deine Seite bekommst. Dieser sollte aber in jedem Fall nicht so zerbrechlich sein wie die, die ich im Eisenwald beschworen habe. Ich weiß nicht, dass er nicht so zerbrechlich ist, dass er nicht so zerbrechlich ist, dass er nicht so zerbrechlich ist. Ich weiß nicht, dass er nicht so zerbrechlich ist. Vielen Dank.